Wie viel kostet es, eine GmbH zu gründen? Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib gerne dran. Hi, ich bin Daniel von Right. Wir sind jetzt im Jahresendspurt. Ja, Q4 hat vor kurzem angefangen. Viele beschäftigen sich jetzt wieder mit Finanzen, mit dem Finanzmarkt und natürlich auch mit der Vorbereitung auf Q1, auf den Neustart ins neue Jahr. Ja, trotz den ganzen Tumulten und den eher negativen Aussichten vom Markt, gibt es natürlich viele Weisen, diesen zu traden. Sei es Short oder eben auf sehr lange Sicht. Viele sagen ja, jetzt kriegt man die Aktien günstig etc. Das ist natürlich keine Kaufempfehlung an der Stelle, aber viel mehr Leute beschäftigen sich wieder mit dem Thema und für viele ist dann eben auch die GmbH interessant und wir schauen uns mal eben an, was das Ganze kosten kann. Und genau wenn du dich mit dem Thema GmbH beschäftigst, dann bist du vielleicht auf uns gestoßen, denn heute geht es um die Gründungskosten der GmbH. Ganz genau heißt es, wir sprechen über unseren Gründungsservice. Der ist nämlich darauf ausgerichtet, dass du möglichst wenig Aufwand bei der Gründung deiner GmbH hast. Wir übernehmen also die ganze Bürokratie, die wir übernehmen können. Das kostet natürlich ein bisschen mehr, als wenn man es selber macht, was auch jeder machen könnte, aber du hast natürlich eine enorme Zeitersparnis und musst dich um nichts kümmern. Vor allem musst du dich dann auch nicht mit den Ämtern rumschlagen, denn das übernehmen alles wir. Kommen wir also zu den einzelnen Kostenpunkten. Der Fixbeis für die Gründung der GmbH ist bei uns ja obligatorisch bei 2.299 Euro. Da sind dann die notarielle Gründung, die steuerliche Erfassung und alle notwendigen Verträge schon mit drin. Ein weiterer obligatorischer Kostenpunkt ist die Handelsregisteranmeldung und die kostet 200 Euro. Also die kommt oben drauf, die wird nämlich direkt an die Adresse des Gesellschafters geschickt, also an dich. Dazu kommt dann noch die Gewerbeanmeldung, die zwischen 10 und 30 Euro je nach Gemeinde liegen kann. Manche Gemeinden wollen auch gar keine Gewerbeanmeldung, wenn du keine operativen Tätigkeiten hast. Das kommt also ganz auf deinen Standort an. Darüber hinaus gibt es noch zwei optionale Kostenpunkte, die nur bei Bedarf zu zahlen sind. Im Fixpreis von diesem 2.299 sind drei Gesellschafter enthalten. Das heißt, ab dem vierten Gesellschafter, wenn deine Gesellschaft vier Gesellschafter haben sollte, haben möchte, dann kommt pro Gesellschafter nochmal 149 Euro obendrauf. Also pro zusätzlichen Gesellschafter 149 Euro extra. Wenn nochmal fünf dazukommen sollten, aus welchem Grund auch immer, dann fünf mal 149 Euro. Der zweite Punkt ist die Strukturierung deiner Gesellschaft als atypisch stille Beteiligung. Das kostet bei uns 600 Euro nochmal obendrauf. Das sagt dir jetzt vielleicht nicht so viel. In Endeffekt ist eine Sonderkonstruktion, mit der man die GmbH noch bei einem bestimmten Gewerbesteuerbeibetrag profitieren lassen kann. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann haben wir natürlich auch wieder unten ein Video dazu verlinkt. Haben wir natürlich auch steins drüber gemacht. Okay, passen wir also mal zusammen. Wenn wir jetzt also mal von einem Normalfall ausgehen, was 80, 90 Prozent bei uns ausmacht, dann sind wir hier bei der linken Seite. Wenn wir uns jetzt einfach mal die mittleren 20 Euro nehmen, sind wir bei 2.519 Euro für die gesamte Gründung, wo wirklich alles dabei ist. Und denk natürlich daran, dass diese Kosten auch direkt von der Gesellschaft, also vom Stammkapital, bezahlt werden können. Du kannst sie also direkt steuerlich geltend machen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir einen guten Überblick über die Kosten von unserem Gründungsservice gegeben. Wenn du weitere Fragen hast oder Fragen zur Gründung an sich, dann buche natürlich wie immer ein kostenloses Informationsgespräch bei uns auf der Webseite. Und vergesst natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.